Servus, ich bin Raibu und das ist World of Warships. Willkommen zu einem neuen Video und dieses Mal möchte ich euch ein Ranked Battle mit der Dynkirchen zeigen, das ich gemacht habe. Das möchte ich auch gar nicht groß kommentieren, sondern euch diese Runde einfach mal so zeigen, wie sie gelaufen ist. Ihr wisst ja immer selber, wie das ist. Man spielt, man spielt, man spielt konzentriert, man hat auch mal den ein oder anderen aufregenden Moment. Und ich habe ja auch mal gesagt, dass es bei mir nicht immer nur die richtig übelst perfekten Runden gibt und auch die richtig übelst perfekt bearbeiteten Runden oder nachkommentierten Runden, sondern mit dieser Runde möchte ich euch einfach mal zeigen, wie sie gelaufen ist und was ich dabei gesagt habe bzw. natürlich auch nicht gesagt habe. Und ich muss sagen, am Ende bin ich doch noch ganz gut aus der Runde rausgekommen, aber seht selbst, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und nicht vergessen, wenn euch das Video gefällt, einfach einen Daumen nach oben da lassen und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. So, und jetzt viel Spaß mit dem Ranked Battle auf Tier 6. So, und jetzt viel Spaß. Der Gegner ist schon größer gesichtet. So, und jetzt viel Spaß. Feuer auf, gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Feueralarm! Feuer auf, gegnerisches Kriegsschiff. Feuer auf, gegnerisches Kriegsschiff. Feuer auf, gegnerisches Kriegsschiff. Feuer auf, gegnerisches Kriegsschiff. Lol, ernsthaft? Och mann. Was ist das? 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 Alle Stationen, Feuerunterstützung geben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt bin ich dran. Ich hab die komplette Salve da reingehauen. Ich fass es nicht. Nein, das wird wehtun. Oh, shit. Oh, shit. Ach, komm. Das Gegner schützt ihn kurz vor dem Sieg. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Oh, shit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020